Ich hab noch mal hierhin geblühten. Sie könnte auch mal ein bisschen schneller saugen, ne? Aus der... So. Also an sie kann glücklicherweise jetzt keiner mehr ran, weil die sind so wunderbar. Abgeschüttet mit diesen... Ja, nur komm. Schwupp. So, das war's dann auch. Dann können wir sie nämlich jetzt auch wieder abgeben. Und wir können uns erstmal jetzt wieder Kugeln kaufen. Also wir geben wirklich sehr wenig aus, finde ich, ja. Hallo? Wir sind auch momentan so ein bisschen sehr verschwenderisch, ne? Ich glaube, das ist schon die zweite... Liegt viel da. Sagen wir's mal einfach so. Aber wenn ich mich mehr daran erinnere, wie schlecht wir mal waren. Also auch von den ganzen, ähm... Äh... Wie soll ich das jetzt sagen? Auch von... Ja, geldtechnisch nicht. Aber auch wie schlecht wir waren vom Eve einfach aufgestellt. Hab die hier kein Geld? Ich mein, ich könnte ja auch mal mit anderen Dingen schießen. Aber wir können ja so los. Und auch nur Bohrtreibstoff. Naja gut, dann werde ich sie jetzt absetzen bei der nächsten Gelegenheit. Ich weiß auch gar nicht, wie viele ich gather das hier. Ich, ich, äh, äh... Braucht was ich an die Person? Ich brauche ja auch nicht. Feinlnieder bin ich auch voll. Das auch nix. Secretary. So, mal schauen. Oh, hier denn die nächste da. Na los. Wir könnten jetzt eigentlich mal kurz zum Gersersgaden zurück. Was ich jetzt auch machen werde. Ähm... Und, äh, mal gucken, ob wir uns schon irgendwie so ein Upgrade oder sowas kaufen können. Das heißt also Gesundheit und sowas. Gemein wäre natürlich jetzt, wenn es zugehen würde. So. Oh, Elektrobot 3 wäre auch cool. Kaufen wir uns mal. Oh! Das war teuer. Das hab ich nicht gesehen. 300? Wow. Na gut, okay. Oh. Das ist so, glaub ich... Ne. Ah ne, das passt. Gut. Äh, wir können ja einmal kurz gucken. Da muss ich jetzt hinlatschen. Da war ich noch gar nicht. Kann ich denn da jetzt schon hin? Kann sein, dass ich da noch gar nicht hin kann und dass es da weiter geht, ne? Weil für mich sieht's aus, als wäre der Ende im Gelände. Oh nein, ich weiß, was glaub ich kommt. Ne, das kann gar nicht sein, dass es da kommt. Und... Wo gehen wir jetzt hin? Was? Kann ich gleich lesen? Arztzellen? Ne, Arrestzellen. Arztzellen. Ich würde das echt nicht lesen können. So grell ist das irgendwie. Keine Ahnung. Krass, Mann. Ich kann da voll mit schießen, aber... Geht auch sehr schnell weg. So, und wieder zurück. Ich musste dann doch nochmal ein bisschen was gucken. Das hat mich ja nicht in Ruhe gelassen, weil wenn die Katzen jetzt irgendwie hier was anstellen, was ich nicht möchte, ist ja doof, ne? Ich habe nämlich heute zum selber anpflanzen so Katzen rausgekauft. Und das hat sich so angehört, als würden die das gerade runterhauen. Das war schlimm. Also ein bisschen... Da hatte ich so ein bisschen Schiss gekriegt. So... Irgendwas, was ich... ...unterreffen hier. Dann nehme ich doch mal einmal das Heckgerät. Warten wir jetzt einmal ab. Perfekt. Die sind alle knapp wie voll, ey. So... Gucken, ob hier noch irgendwie was ist. Meistens ist es ja so ganz versteckt. Da wäre auch noch dann ein Verbandskasten gewesen. Ich will mal einmal kurz hier schauen. Ich habe nicht hier noch irgendwo vielleicht ein Tagebuch oder was nicht. Weil die sind ja meistens immer sehr, sehr versteckt. Das ist sicher doof. Aber sie können ja nicht offensichtlich sein. So, das hätten wir dann aber. Mal einmal. Zack. Ah, das ist da ganz am Ende. Das habe ich gesehen. Das ist das. Das ist das. Ja, ganz toll. Na. Nein. Wow. Jetzt... Ah, jetzt weiß ich auch, was ich da weggemacht habe. Ganz toll. Wieso kann ich das denn endlich kaufen? So, kaufe ich erst mal, dass ich voll bin. So, hier muss ich weiter gehen. Was ist hier? Da kann ich noch nicht weiter gehen, okay. So, ich werde mich noch einmal voll haben. Hier hinten liegt ja noch eins. Und ansonsten glaube ich... Äh, was war denn noch drin? Kann verbrechen lassen. Waaah. Waaah. Weil ich mir einmal die Lieben aus... ...wusten. Stücke. Wow. Gut. Ja, ich habe sehr wenig damit geklappt. Gucken wir erstmal, was da los ist. Bevor wir uns da einmischen. Nö. Sollen die in ihrem Scholl sie schon mal machen. Kann ich den denn eigentlich? Ne, also wir sind komplett fertig. Warte mal, wir gehen mal einmal auf die Nieten und in die schwere Nieten. Und sammeln die letzte Little Sister ein. Na komm her. Und dann kommt auch die blödsinnige Big Sister wieder hin. Es scheint so als... Ja, genau. Als wenn das hier so gemacht worden ist. Als wenn hier dieses, äh... ...das produziert worden wäre. Hallo? Lass das Arme nicht hier los. Die ist Bären. Ist das doof? Das sind Bienen. Du weißt, ne? Glaub ich hier nichts? Boah ha 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 ha。 Ich bin wieder beruhigt. So, hier kannst du es glücklicherweise nicht sehen. Oh nein, 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 nein. Was? Und da haben wir auch einen Tagebuch. Auf Wiedersehen, Dr. Alexander, okay. Sie wollte ihn zu einem lebenden, heiligen Hochspleißen, der die Bedürfnisse der Allgemeinheit kennen und unermüdlich für sie eintreten sollte. Aber jetzt ist etwas Unaussprechliches aus ihm geworden. Mutters Weltanschauung ist genauso verfehlt wie die von Ryan. Für sie wäre es besser, alle lebten im Elend, als dass wir unsere eigenen Ziele verfolgen. Ich muss hier raus. Achso, da können wir ja nur rein, wenn wir, glaube ich, in das Loch da springen. Sprich jetzt in das Loch da rein oder mache ich erst alles andere, ist die Frage. Ich habe sie gerade eben noch auf dem Rücken. Und das ist auch noch ein Tarbo, okay. Okay. Ich bin nicht der Erste, der Rapture gefunden hat, zu verrücktes Luder. Und ich werde nicht der Letzte sein. Macht mit mir, was ihr wollt. Solange ich bei Cindy sein kann, bin ich ein glücklicher Mensch. Hier hat man die Bindung zwischen uns hergestellt, Vater. Hier hat man Gott gespielt. Du warst das einzig Gute, was Rapture mir je gegeben hat. Ja, wie ich schon gesagt habe, also hier haben sie ihn wirklich mit der Ellie zusammengebracht. Und wir haben jetzt gerade Cindy auf unserem, ähm, unserer Schulter, würde ich so sagen. Lassen Sie auch mal eben einmal hier suchen. Oh, das ist dann süße. Oh, das ist dann süßig. So. Oh, den sollte ich vielleicht nicht angreifen. Oh, das ist dann süßig. Trinkt ein bisschen schneller. So, das ging doch wunderbar. So. Oh, es steht auch, dass es Mark Melzer ist. Also der, den wir, ähm, beobachtet haben. Beziehungsweise von dem wir ganz viel gehört haben. Dann gehen wir jetzt erstmal runter in den Keller mit ihr zusammen. Oh, also wurden quasi die, ähm... Du machst mir keine Angst. Du machst mit ihr und die, ähm... Dehmert. Mit, wie ist es der Ort? Ich werde sie los. so da wird es nicht großartig brauchen werden als hier wenn wir wirklich den nur auf grün bringen So, ab Wiedersehen. So, aber das passt schon. Ich werde jetzt noch einmal hier... Oh, okay. So, das wollte ich jetzt nicht. Der ist leider kaputt. Oh, ich hatte immer noch Platz. Zack, zack. Sind wir die wieder schon mal gewesen? Scham. So kann ich das Mini-Geschütze haben? Kontaktminien habe ich auch genug. Also ich bin jetzt ja wirklich und eigentlich nur auf der Suche nach den Tagebüchern. Ich habe ein Kraxel hier über rum. Und da ist letztendlich auch noch eine Blume. Also zwei Blumen kriegen wir hier von. So, das waren wir. Haben wir das aufgemacht? Ich glaube, das habe ich noch nie aufgemacht. Oh Gott, der ist mir nicht. Oh, gar nichts. Ja, es geht halt Richtung irgendwo Endgame. Das ist die erste Toilette, die mir irgendwie zu ist. Ich war heute im Eves Garden. Es ging übel aus. Mein Samen. Verkauft an den Feind. Die Motive der Hure sind mir gänzlich unklar. Aber Adlers rückt vor und komme, was da wolle. Ich lasse mich nicht zum Sklaven machen. Ich frage mich, sind diese Aufnahmen eine Beichte? Gerade vorher habe ich Sinclair auf dem Flur getroffen. Vielleicht hat er in meinen Augen gelesen. Der Mistkerl hat mich direkt angestarrt. Und dann vorgeschlagen, ich soll einen Termin bei Dr. Lern machen.